ist hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren oder beziehungsweise zu erler ersten Case Opening Folge von uns beziehungsweise von mir den SL Dark Angel dem André und mit dabei ist der Nox Rux der Kenan und wie ihr hier schon seht es sind nicht wenige Kisten, es sind nicht wenige Schlüsse, oh da war nichts mehr es sind nicht wenige Schlüssel und ich glaube wir machen jetzt einfach mal ne Kiste auf oh Gott bitte lass da was gutes drin sein oh na ppb sind vorbei ok ah ne technon Isaac die sieht scheiß aus äh vom Kopf gezeichnet war so klar ähm einfach Schlüsse benutzen so und da habe ich es schon die guten Sachen vorbei flitzen sehen da ist ne McChain Lumpen auch bitte lass sie gut sein bitte lass sie gut sein du weißt wenn ich eine gute Qualität bekommst dir am Ende nichts oh Gott die sieht angefragt aus die sieht abgenutzt ja sowas wollen wir haben kannst mir geben äh na sicher nicht ich hab keine Mac 10 momentan und deswegen komm schon was Gutes was Gutes sag schon wieder ne Mac 10 Lumpen ey ne Slasht ne SSG 08 slasht ach entweder ähh keine Ahnung was ist es abgenutzt alter abgenutzt ne einsatz erprobt Alter ich krieg so langsam hier echten echten Kollaps ne XM 1 0 1 4 Himmelswächter ist diese Halbautoschrotz aber ich glaube die habe ich schon ganz als mehr gemütlich obwohl ne die habe ich noch gar nicht die habe ich noch gar nicht Fabrik neu BAMBAGE oder hatte ich die ne ich hab glaube ich rote Python diesen komischen Belästern sind belegens gehen keine Ahnung wo das jetzt ist egal um wir haben noch einiges vor uns alter noch einiges das waren jetzt gerade die ersten paar Kisten in Kalia Kami sieht aber in keinem schlechten Zustand aus wir haben minimal Gebrauchsspuren war irgendwie klar vor mh mh einer Mac 10 vorbei aber wieder ein SSG Slash das ist schonmal ne doppelte Kennan die wäre was für dich auch wenn sie nicht Statrick ist egal einer auch einsatz erprobt ok ich hab so viele Huntsman waffen achja die sind ja auf ner anderen Seite noch voll verpeilt oh da war ne Statrick Mac 10 in der P2.000 Impuls Sieht fast Ja, keiner hat dieses schöne Problem dass er immer Freundschaftsanfragen von solchen Leuten bekommt die sein Inventar leerräumen wollen Ah, wieder ein Impuls Adi nicht von Heckler und Koch P2.000 Komm schon, was Gutes Jetzt so ein Legendärer Skin Bäh Slasht, aber abgenutzt, alter Ja, abgenutzt, sagte ich ja Ach, voll hässlich, das Ding Ah, Nuster Trek vorbei A-O-G, komm, komm, komm Bleib, bleib Ja, N-A-O-G, Drehmoment, alter N-A-O-G, Drehmoment, aber Was ist, was ist sie? Einsatz erprobt Yolo, Junge Yolo Sie sieht schon etwas mitgenommen aus, aber scheiß drauf, benutze ich oder verkaufe ich, muss ich gucken, wie viel die Wert ist So, das nächste Operation Phoenix-Hoffenkiste Oh, komm, Navi, Persimov Darauf setzt sich alles Direkt dann da SSG Impuls vorbei UMK Corporal Mir fällt das jetzt schon geöffnet, einsatzprobt, ach, keine Ahnung, da zähle ich nicht mit, ich öffne so viele, bis ich keine mehr habe, Alter, aber das hat genügend, ne? Ihr habt noch ne ganze Seite voll Läuft Das ist hier immerhin für 90 Euro, Junge, da haut rein Das hat wirklich ne Ne Tech-9 Sammelsturm, hab ich in StatTrak Komm schon, AWP-A7-Mov AWP-A7, Anna Triggon vorbei USPS Wächter Ja Ich bekomme sie uns Äh, ist ein lila-nass-kin und sie sieht fabrikneu aus Ah, limitierter Ja, ja, fabrikneu, Alter Ja Die ist, ne, die ist was wert, glaube ich, die ist, glaube ich, was wert Und ich sehe gerade, du hast ein 2-2 im Dast-Wett Anna AK, rote Line vorbei Ja, ich bin komplett komisch Anna AK, rote Line vorbei Ach, fick, dass du Himmelswächter, hab ich auch in StatTrak Hab ich sogar auch noch einmal nochmal, nochmal Kennst du den M4-Meisterwerk? Was, 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 was ist denn jetzt passiert? Ich wurde einfach Abgebrochen ist man schon so Ja, ja Ja, ist man schon so Ey, kennst du irgendwie Meisterwerk? Max-Zen-Hitze? Ne, kenn ich nicht Ich suche diese für geil aus mit Graffiti Ja, nice, alter, nice, 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 aber einsatzeprobt Ich scheiß drauf Bisher ist es eigentlich, bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich bekomme Ich glaube, das ist so ein Irak-Modell, oder? Oh, und noch einer öffnen, komm, 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 komm Triggen war da Negev-Gelände Hab ich schon Ich glaube auch in Star Trek Ne, hab ich gar nicht, in Star Trek Ach, das ist ja Rote Lein, Ach, das ist ja Rote Lein Kindern Geh mir Du kannst mich Aber die nächste Geh mir Abgenutzt Leider abgenutzt Geh mir Ne, aber Das sieht nur am Magazine so aus, aber sie ist Stat Trek, Junge Sie ist Stat Trek Ich guck gleich mal, für wie viel ich die verkaufen kann, Alter, Alter Und Aufwertungsvertrag, muss ich machen Alter, ich hab ne AK-47 Rote Lein bekommen Ich hab Alter, Junge Ich warte jetzt noch auf die AWP-A7-Off USPS-Wächter Noch einer, kann ich dir geben, wenn du möchtest Ja, gerne Aber ich hab schon USB-Blutzieger-Fabrik-Nein-Stats-Frag, also Ähm, okay, die ist eine, ist minimale Gebrauchsspuren und die eine, ist Fabrik-Nein, also Beide sehr gut Und wie viele Kisten haben wir eigentlich noch? Oh Wir haben noch einige Kisten Wir haben noch einige Kisten, aber es geht jetzt an die letzten vier Operation Phoenix-Waffen-Kisten, glaube ich Oh, 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 oh Zeck-Nein-Sandsturm Alter, allein die AK-Rote Lein, die macht mir alles weg, auch wenn sie abgenutzt ist Die macht das schon Kann ich auch, wenn es nötiges verkaufen Oder wenn ihr wollt, ne, wenn ihr die vielleicht wollt, dann meldet euch, schreibt, na, was da rein In die Kommentare, dann könntet ihr mich ändern Man sieht ja, wie ich heiße Wenn ich mal Gebrauchsspuren, Corporal, okay, ich glaub, das sind die letzten beiden Operation Phoenix-Waffen-Kisten Ah, Anna Rothen-Lein, vorbei, er ist Okay, ah, ich sehe immer so, diese schönen Skins sehe ich immer so vorbei, rascheln, weiß, Ich hab's auch immer vorbei, das ist, dass ich den inno, oh, verdammt, ich hab' ich sie nicht Ja, Triggen, da war's schon die MP, die PNC Beleit, ich, Static Triggen, an der bin ich vorbeigerascht Nein Die war in Static, Junge Alter Hab' ich noch, oh, okay, ich hab' noch eine Operation Phoenix-Waffen-Kiste kommen Herrgott im Himmel, hilf mir bitte Bitte, 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 bitte Na, es ist die Impulse, wäre danach gekommen, aber ein Max-Seven-Himmelsrechter Ah, es ist diese Krebs-Ginz Dann geht es jetzt an die Winter-Offensive-Kiste, ich glaub, von denen hab' ich 15 Stück gekauft, wow Ja, wegen der Abend in der M4A4 Ah, sim, ´h, Ah, du, überreiß's Jagdhafen, wär' ich fast dran gekommen Habe ich den Track? Nein, normal Ich bin nicht so wie du, der sich alles in Stat-Track irgendwie... Wenn er was bekommt, dann bekommt er es in Stat-Track. Da war eine rote Line. Und eine M4A1-Wächter-Stat-Track. Bin ich auch vorbeigerascht. Alter, was ist da los? Eine Kami. Will ich nicht. Ich glaube, das Beste ist bisher die AK gewesen. Alter, an wie viel Lila nenne ich auf einmal vorbeihusche. Wieder nur diese 5-7, Alter. Alter, ich bin zweimal, glaube ich, an der rote Line vorbeigegangen. An der AWP. Die wollen nicht mehr eine abgibst. Ja, ja, ich merke das schon. Allein wenn ich da hinguck, kriege ich Augenkrebs. 5-7 noch eine. Okay, und der mangelt mir demnächst nicht mehr. Aber ich habe sie... Äh, Fabrik Neu, Fabrik Neu, minimale Gebrauchsspuren. Aber ich habe sie minimale Gebrauchsspur. Ne, Fabrik Neu, Stat-Track. Aua. Hm, fußgestoßen, fußgestoßen. Man hat es gehört. Noch eine 5-7. Boah, was ein Wunder, ne? Oh, an wen schicken wir die denn alle? Ja, schon ein Schuss. Ich glaube nicht, Jim, ich glaube nicht. Winter Offensive Kiste. Da war die M4A1S. Ich glaube, die bringen mir nichts. Keine Ahnung, mute dich, Alter. Ich schwöre es dir. Ich töte dich. Boah, Alter, so eine Schwester geht mir schon auf den Nerven, ne? Was? Eiserne Rose? Egal. Und wo ist sie jetzt? Ah, Fabrik Neu. Eiserne, MP9, Eiserne Rose, Fabrik Neu, Junge. Geile Scheiße. MP9, Eiserne Rose. Fabrik Neu. Hab ich auch. Aber ich weiß, ob ich hier eine Fabrik Neu habe. Das ist doch was, das ist durch dieses Abbrechen irgendwie gekommen. Das hat mir jetzt sogar einmal Glück gebracht. Also bisher, ich bin zufrieden, auch wenn ich viel Geld ausgegeben habe. Es neigt sich jetzt im Ende. Gallia Sandsturm, Fabrik Neu. Die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kisten. Die letzten 6 Kisten. Oh, komm, 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 komm. Na, wir sind aus dem Hof. Geht mir in aus dem Hof. Oder ein Messer. Na, nicht mal an einem legendären Gegenstand vorbeigezogen. Aber wenn ich sowas sehe, ne, dann... Da war der Kraken. Ach, Sandsturm, Alter. Sandsturm, Sandsturm, Sandsturm. Da habe ich jetzt auch 4 Stück von... Ne, 3. So, noch ne Winter Offensive. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, PPB sonst der Track. Kobold... Kobold-Etzung ist wenigstens Stat Track. Und minimale Gebrauchsspuren kann ich für meine... Wasserzeichen eigentlich reinpacken. Weil ich habe noch ne Antik. Kenan! Hm? Was ist? Hansmann-Waffenkiste. Wünscht mir Glück. Ach so, okay, ja, ja. Hey, mir bitte, du gibst mir dieses Glück, was die... Ah, da war ich an Asgard 20 Cyrex vorbei. Galia Kami. Was will ich mit denen? So die letzten beiden Kisten. Operation Breakout-Waffenkiste. Komm schon, da muss was Gutes drin sein. Da muss einfach was Gutes drin sein. SSG 08 Abgrund. Da habe ich schon mal das Gegenstück zu der anderen SSG. Du hast auch einen Stat Trick, ne, Kenan? Ja, hab den Abgrund. So, letzte Kiste. Hast du nur noch eine? Ja. Alter, ging das kurz. Hm. Ich bete gerade innerlich. Oh, bitte, Herr... Gib mir was Gutes. Ich gucke auch nicht hin. Ich gucke auch nicht hin. Und ich habe so Angst, Alter. An Elaborant. Ich muss mir ein Video angucken, wie knapp das war. Ob da war zu einem guten Skinstand. Nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Keine Kisten mehr verfügbar. Dann machen wir doch mal den schönen Aufwertungsvertrag. Wo ist er? Da ist er. Was will ich denn nicht haben? Ich will keine. Ich muss immer aufpassen, was das bei denen ist. Ich muss immer aufpassen, was das bei denen ist. Nein. Du, Baretz, Jachthafen, minimale Gebrauchspur, habe ich durch Aufwertungsvertrag bekommen. Läuft. Aber mit der SG, die SG ist manchmal so schwach. Habe ich denn noch genügend blaues Skins? Sieht so aus. Down. Ähm... Die, die, die... Ich will immer nennen, ich vergesse immer die Bälle eigentlich unten, ich will immer Peniszeichen, Alter. Komm, was Schönes. Meck-Ten-Hitze. Noch eine Meck-Ten, Alter. Einsatzerprobe, meine. Ne, das war die Meck-Ten-Lumpen. Da, die Meck-Ten-Da. War es halt selber okay. Nun gut. Noch einmal gucken, ob wir noch einmal Aufwertungsvertrag machen können. Sonst gebe ich es hier auf. Es sieht so, als ob wir was hinbekommen. Das ist aus, oder? Auf zwei, drei Schlöte geklärt. Und die, so. Da habe ich wenigstens noch was hinbekommen. So schön zeichnen. Da, 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 da. So. Oh, komm schon. Kinder dat nerven, bisschen, ne? Aber auch nur ein bisschen. Novakoi. Ähm... Fabrik neu. Das ist doch nice, Alter. für Terroristen. Gegen mein dunkles Wasser. Das ist eigentlich... Fabrik neu. Alter, Kenan, ich habe so geile Sachen eigentlich bekommen. Durch das Case Opening. Ich werde das gleich zusammenrechnen. Nun gut. Ähm... Kenan. Ich glaube, das war es für heute. Ich bedanke mich für's Zugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschööö.